Und damit herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Single Let's Play. Immer noch ganz alleine. Das war gerade laut, was ist gerade passiert. Kann sein, dass ich gleich Besuch kriege. Moment, kurz Timer. 19 Minuten. Ja, wir sind gerade in Delphi. Ich muss mich mal richtig hinsetzen, weil wir noch die eine Schlampe hier unten die Quest abgeben müssen von ihrem verstorbenen Mann oder so. Ich habe schon wieder von meinem Mann geträumt. Sein Schatten ruht nun friedlich im Land der Toten. Ja, du hast gerade mit den Reihen geredet, aber ist ja egal. Die hat ja nicht viel zu sagen. So, die trauernde Witwe ist abgeschlossen. Haben wir noch irgendwas fertig gehabt? Ähm, ich glaube nicht. Die beiden hatte ich geredet. Äh, die beiden hatte ich geredet. Äh, dann kommen wir wieder zu deinem Portal, ne? Genau. Was? Lass mich erst durchgehen, sonst ist es ja weg. Bist du? Ja. Dein Name ist einfach der Beste. Hm. So. Dann sind wir da. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach nee, jetzt müssen wir das ganze Land nochmal erkunden. Theoretisch ja. Egal, Level. Wollten wir das nicht eigentlich machen, bevor wir, ähm, offen? Ich bin auf dein Level weitergegangen. Was? Wollten wir das eigentlich machen, bevor wir offen? Was? Hier weiterlaufen. Nö, ja, hätten wir machen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Geht ja schnell gut. Aber hier sind ja auch noch ein paar Gebieter. Alter, lag das! Connected damit. Und jetzt gerade gar nicht so doll, aber... Ja, es sind keine Internet-Lags, es sind PC-Lags. Okay. Liegt halt daran, dass ich es gehabt noch nebenbei offen hab und das echt schon... Scheiße ressourcenlästig ist. Leider konnten wir heute nicht auf den TS von Freddy. Oder Kirschi. Ja... Ist Kirschi jetzt eigentlich schon wieder tot? Keine Ahnung. Ich mein, ich hab den seit Wochen nicht mehr gehört. Schon länger her, ja. Wahrscheinlich nur noch im GTA Online-Zocko. Das kann gut sein. Wir sind ja so ein bisschen süchtig geworden, aber... Kann ich gar nicht verstehen. Ach, gut. Nö, jetzt ist hier schon wieder Healer. Wo bist du eigentlich? Unten. Ah, okay. Komm mal lieber, bevor du nach unten gehst, nach oben. Unten sind... Gemeine... Oh. Ein Umhang, danke. In grün. Freut ich nicht. Unten sind gemeine Kreaturen. Bei mir leckt es gerade ab tierisch. Jetzt geht's wieder. Okay. Habt ihr einen kurzen Internet-Lag, ne? Oh, 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 leckt? Ging dein Server gerade, oder war das mein Computer? Das, äh... Bei mir ging auch gerade nix. Also wahrscheinlich mein Computer. Geprägter Armschutz ist greifend. Grün? Grün, ja. Die Grünen sind... 24 Rüstung. Wow. Einen geileren Namen als die blauen. Hallo. Hallo. Hallo, mein Name, Bruder. Oh, schnitzeln's aber ganz so veränen durch, würde ich mir fast behaupten, ne? So. Ach, ich bin ja ein Level weitergekommen. Ach, Mensch. Schade. Schade. Oh, hier unten war's schon überall, oder? Ja, so teilweise. Hier riecht's gut. Ich hab aber nicht immer alles aufgenommen, sag ich dir gleich. Ja, ich seh's schon. Hm. Lass dir Gesundheitstränke liegen lassen können. Hm. Einmal. Das kann doch nicht mein Ernst. Ja, echt so. Äh, wo bist du? Ich hab grad den Albtraum geholt, weil ich im Level weiter war. Ah, okay, wir müssen noch zur Hürde, ne? Mhm. Mhm. Die wir ja zwar auch schon mal gemacht haben, aber... Nee, ich glaub, die haben wir noch nicht gemacht. Doch. Doch. Wir waren eigentlich, glaub ich, mit der Ebene fast fertig. Ja, die Höhlen haben wir schon gemacht, die sind noch ganz klein. Mhm. Da sind nur ein paar Gollum drin. Kriegst du auch alleine hin. Jo. Kannst ja kurz bleiben, ja. Jo. Ja, den hab ich schon. Hab den Albtraum schon beschworen. Bei dir ist das mit dem, äh, uninteressante Sachen machen. Nicht so schlimm. Mhm. Wenn man aufnimmt, ist das schon ziemlich zu kratzen, weil man die ganze Zeit nur in der Ecke rumsteht und auf den anderen wartet. Ist ein bisschen nervig. Hm, geil, ist ja sowieso erstmal wieder ne Quest. Soweit ich mich dran erinnern kann. Ja, ich weiß auch welche. Ja, ich auch. Ich will ja nicht vorher schon sagen. Nein, ich kenn das nicht. Oh, ein Modak noch. Ein Monster mit Sternchen. Jetzt kriegst du auch noch einen LP. Hast du gekriegt? Grüne Achse, nein. Hab ich nicht gekriegt. Ich bin viel Zeit weg. Achso. Ich dachte das kriegt trotzdem jeder. Nein, 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 nein. Achso. Ich bin ein schöner. Bei dem Modak noch. Nee, die haben wir noch gar nicht diese Aufnahmen besiegt. Also dieses Spiel. Keine Ahnung. Es gibt so viele von den Figern. Ja. Los, bedankt euch bei Jörg. Toll gemacht. Hm. Weißt du, wie willst du denn das... Oh. Oh. Ähm. Hm. Was ist das? Haben sie was Blaues gefunden? Oh. Oh. Äh. Äh. Tschüss alter Schild. Äh. Nein, 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 nein. Nichts besonderes gefunden. Nein. Kannst du mir ruhig sagen, ich hab ein gutes Schild. 11 Wahrscheinlichkeit 94 Schaden abzublocken, 43 Schaden, 7% Elementwiderstand, 16% Durchschlagsvergeltung, 7-12% Durchschlagsvergeltung, 15% Gesundheitsregeneration und 2% auf Dornenhecke. Dornenschild. Ja. Dornenwand. Ach scheiße. Naja. Gut, du bist ja Natur. Dann ist es gut. Ich glaube, ich kann Dornenwand sogar haben. Hm. Ich weiß aber nicht, also ich muss es eigentlich haben können, ich hab die beiden Skills, die irgendwie fast mit Natur zusammenkommen. Du bist noch in der Höhle, ne? Jaja, ich mach hier grad noch ein paar Eu... Ich hab grad Eionymus gelesen. Hm. Ja, super Tierchen geheilt, ganz toll. Ich fast totheile erstmal den Hund. Kurz mal nachgucken, ob ich Dornenhecke haben kann. Natur... Dornenhecke. Ja, das ist ein... Shit. Hört sich eigentlich ganz nett an. Ja. Ist sozusagen ein... äh... Schild. Sag ich jetzt einfach mal. Du stellst dich irgendwo hin, machst Dornenhecke an. Okay. Stimmt, du kannst das wieder auswendig. Sorry, dass ich lebe. Bitte die korrekte Antwort auf diesen Satz. Ich hab extra hier gewarnt eben. Alter. Bisschen wieder auswendig. Alter, war der schwach. Ich bin zu stark. Bisschen. Fünfzehn. Aber du bist ja nur... Hallo hier unten. Du bist aber auch nur gering überlevelt. Fünfzehn. Ja. Du weißt, was ich damit meine. Ich hab jetzt aber schon wieder fast das zweite... äh... Schon wieder fast die Hälfte. Alter. Ja. Ich bin noch nicht mal 15. Ich kann da nix suchen. Ja... Ich warte hier mal. Ja, ich muss ja noch die gesamte Karte erkunden. Du weißt ja, ich hab... Vielleicht was vor. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Da unten warst du nicht? Nein. Aber ich müsste alles totgemacht haben. Ja, hast du. Jörg, das ist jetzt aber gemein für dich. Jetzt hast du dir den ganzen Zuschauerwert weggenommen. Jaja, ja. Jaja, ja. So armen Skien mit 24 brauchst du auch nicht, ne? Nee. Auch wenn sie ganz gut sind irgendwoher, aber das kannst du mir eh größer. Nee, ich hab mit Verringerung und Leben plus. Ja, meine hatten 19% Elementarschaden, 4 Elementarschaden und 9% Anglausgeschwindigkeit. Sind nicht schlecht, aber... Ginge besser, sagst du. Mhm. Mhm. Ist halt wie bei meiner Rüstung, ne? Schöne Verzauberung ist nicht schlecht, aber... Ginge schon besser. Jo. Dann lass uns mal weiter gehen. Kurz Handy antippen, damit es nicht schwarz wird. Oh, äh... Ach ja. Jetzt krabbelt da einer an, dann wollen wir mal kurz warten. Und ich halt die Schnauze. Achterkanzler. Achterkanzler. Ja, und er sagt uns, wir sollen da wegbleiben, und ich sag nein. Dann bin ich verzichtet. Ich habe es mir jetzt nicht angehört, aber ich kenn's ja eh. Ja. Also wie gesagt, ich spiele hier mit jemandem, der dieses gesamte Spiel irgendwie auswendig kennt. Wieso greift das Skelett seine eigenen Leute an? Weiß ich nicht. Ist ja kein Blitzpuder, ne? Oh, mein Arm zu viel. Ich hasse Zombies. Was ist denn? Schockwild übertrieben, ey. Erstmal ein Zombie für solchen? Die ist auch relativ gut durchgeskillt. Die müssen die erste Stufe ist, glaub ich, voll. Ich hab halt nur drei, vier Sachen, die ich immer skillen, ne? Ja, ich versuch halt, als Multiplayer zumindest ein bisschen auszuprobieren, was ganz geil ist. Ja. Und auch ein bisschen was zu zeigen. Klappt nicht, aber... Lass uns erstmal hier unten, ne? Ne, hier oben ist, äh, glaub ich... Einfach nö. Einfach nö. Ja, ist ja egal, ey. Uh, der macht mir Schaden. Kann ich hier ein Kassmann trinken nehmen. Dein Ernst, ich muss dann dauernd trinken, ne? Oh. Was ist das? Noch nichts. Ich bewege mich gerade nicht, danke. Wieso? Wow. Gut, dass du nicht komplett übertreibst. Nö, nö. Ich glaub, Freddy hat momentan mal wieder keinen Bock auf Aufnehmen. Also auf... Überhaupt auf Aufnehmen, nicht nur auf Minecraft. Aber gut. Hier ist ein Fledermaus-Zahn. Nimm dich mal mit. Du hast ja deinen schon voll, hast du mir vorhin erzählt. Ja. Hab ich. Ich bin mal gespannt, ob du irgendwann nicht mehr so total OP bist. Hm. Sure. Was haben wir diesen Part geschafft? Wir haben eine Mission abgegeben und eine neue Mission angenommen. Wir wissen jetzt darüber Bescheid, dass es Gorgonen geben soll. Nein, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie uns in Stein verwandeln. Doch. Ja. Er hat nicht gesagt, dass es Gorgonen sind. Doch. Hat er doch eine Mission gesagt. Nein, er hat nur gesagt, dass sie einen in Stein verwandeln. Ich hab das verstanden, dass das Gorgonen war. Jetzt weiß es eh jeder. Ja, nein, Gorgonen. Wir reden doch gar nicht von Gorgonen. Was sind denn Gorgonen, Gorgonen, Gorgonen? Das weiß man. Was soll einen sonst in Stein verwandeln? Ein süßer Teddybär. Würde auch total zum Spielflow passen. Ja, ja, klar. Das wäre lustig, als Mod so einfach so ein riesiger Teddybär. Ja, sicher nicht. Unglaublich toll. Freddy und ich haben uns mal ein bisschen informiert, als wir das Let's Play so bei Part 16 hatten. Und du kriegst halt auch noch weitere Storys, ne? Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber... Du kannst dir halt eigene Storys runterladen, ja? Ja, genau. Die jemand erstellt hat, oder? Ja. Und hier ist ein... ne... Sterne-Monster. Ich will ihn nicht platt machen, ohne dass du dabei bist. Komm mal her, ja. Du bist richtig, wo du kommst. Ich hoffe, meine Begleiter haben ihn noch nicht tot. Hier ist Frosk. Und wie ist das Vieh manchmal ein bisschen doof, ne? Ja. Der Dickel, ja. Der Dickel, ja. Total bescheuert. Ich kenne noch so einen bescheuerten Dickel. Oh, mach sie kalt. Ich kann nicht mehr tragen. Keine Sorge, ich ne mit. Nö, ich hab noch Platz gemacht. Hab einfach mal diese automatisch sortiert, hast du gedrückt. Die kennt ja jede. Ja, die benutze ich auch echt gerne manchmal. Also wenn es im Winter voll ist zumindest. Ja. Ansonsten nicht. Das ist auch wieder zum Beispiel anders als bei Sacred. Bei Sacred hab ich die noch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Play for Factor ist. Nö. War ja noch kurz, ne? Ja, leider nur zwölf Parts. Die jeder irgendwie eine dreiviertel Stunde gegen. Wieso ist mein Ding jetzt aus? Meins auch. Hä? Dann scheint dir der mega leck vorhin. Der war zu viel für den Computer. Das könnte gut sein. So, ich warte hier oben. Weil gestorben bin ich ja noch nicht. Ja, okay. Süß, dass du wartest, deine Monster machen hier schon alles kalt. Ja gut, das kann ich ja nicht, ne? Hey, ich warte hier oben. Barm, barm, barm. Wir gehen hier doch ja alles tot. Ruf dir jetzt ja nicht jedes Mal zurück hier, das ist ja... Ja, okay. Ich werde ja nicht weg. Du hast keinen Platz mehr. Ich bin auch voll. Ich bin wirklich voll. Ja, ich bin auch. Ich werde jetzt auch gleich zurückreisen. Einmal leer machen. Hm, ich auch. Oh, dicker, ich stehe nicht immer im Portal, Alter. Die Portale in Titan Quest sind sowieso so ein bisschen anstrengend. Ja. Du hast da irgendwie so ein... einen Frame, äh, einen Pixel, den du anklicken musst, damit du irgendwie dahin kommst, wo du eigentlich hin willst. Ja, man trifft es halt einfach sehr schlecht. Ja, die Hitbox ist nicht so groß. Ich schon wieder, genau. Genau. Du stehst bei mir noch im Portal. Schön. Schlag mal. Ich bin gerade am Verkaufen. Okay. Dass du immer zu diesem... zu diesem Arschloch gehst. Klingen, Schilde, Tränke, Beinschienen, Bögen, Helme, alle Sorten. Oh, du musst es... Oh, kann ich dir helfen? Wow, der Umhang ist richtig, richtig gut. Er ist grün, macht 14 Rüstung, 8% Stärke, 5% Leben und 38% Energie Regeneration. Richtig guter Schild, äh, richtig guter Ding. Hm, ich habe einen Ring mit 18... plus 18% Lebenskraftschaden und 25% Entzogene Energie verursacht Schaden. Also irgendwie Freddy-Style, ne? Was denn jetzt nochmal bitte? Ein 18% Lebenskraftschaden plus und 25% Entzogene Energie verursacht Schaden, 30%. Schwert oder was? Ne, so ein Ring. Achso. Ja, das ist Freddy-Style. Davon habe ich eh schon einen, also dann habe ich jetzt zwei. Du ziehst doppelt Energie. Jo. Brauchst du eine Veteranen-Axt? Nein. Ich habe eine schonungslose Axt. Blau. Mit 19 bis 25 und plus 21 Schaden und plus 20% Angriffsgeschwindigkeit und dennoch Essenz von Achilles Tampferkeit drauf. Das ist gar nicht so der Unterschied. Die hier hat auch 19 bis 25. Macht 15% Schaden plus 12 Stärke, 16% Angriffsqualität und 18% Angriffsgeschwindigkeit. Ah, meine wird besser sein. Einfach ja, ja, würde ich nicht. Nee. Ich benutze die jetzt mal. Ja, mach doch. Ich habe einfach keine festgelegte Klasse auf, wenn ich je gehabt habe. Wobei ich echt am überlegen bin, ob ich das einfach nochmal umskille. Geht ja nicht. Kannst du doch. Ja, dann musst du dir ja den Charakter in den Sinne neu stellen. Nee, du kannst bei diesem Typen doch. Nein. Du kannst aber nicht die Klasse mehr ändern. Du kannst nur alle Punkte runternehmen, aber nicht die vom Baum runternehmen. Schade. Ja. Ja. Das wäre sicherlich eine gute Idee gewesen. Ich hätte persönlich auch gerne Jäger, ne? Aber, ja. Du hattest doch die Möglichkeit. Ja, ich hatte die Möglichkeit, klar. Aber, ähm. Ja. Die Sache ist halt die gewesen, dass... Ich finde es blödsinn, wenn man zweimal die gleiche Sache hätte, ne? Ja. Von daher... Ich bin Jäger, oder? Von daher sehen die Leute ja... Von daher sehen die Leute ja dann mehr. Bin ich Jäger, oder? Warte mal. Äh. Was wollte ich jetzt gerade machen? Riecht's gut. Ähm. Ich habe jetzt nochmal zweimal gesündet gekriegt, auch wenn sich das nicht wirklich lohnt. Ich bin übrigens gelevelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade schlau war. Ich glaube nicht. Ja, das war dann der Part. Äh. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich skillle dann im nächsten Part um. Haut da rein, Leute. Und tschüss. Tschüss.